Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Familie. Heute stelle ich diesen Spalter vor, den finde ich ein paar Unterno-Forst-Geräte. Der ist ja auch bei den normalen Mods unter Forst-Geräte drinnen. Das ist Chisock-Spalter. Wenn ich ihn finden würde, genau wie das Spalter. Schönes Gerät. Dann habe ich ihn an den Blumen angehängt. Dann fällt da ein Baum. Das ist mein erstes Videochen. Ja. Halte ich jetzt erst ins Haus. Jetzt der Sprung. Dann kann man das so. Dann nimmt man dieses Blöckchen. Und wo das Ding, das Ding, das Ding, das Ding. Unter Anhänger und dann hat man das hier schön. Und ja, das Blöckchen. Dann nehmen wir das. Und jetzt habe ich ihn gerne. Schönes Gerät. So. Wir können den Blumen. Da schauen wir den Blumen. Spalten wir mal. Ein schönes. Ein sehr, sehr schönes. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier ist der Röldner noch mit meiner Strecke. Ein sehr, sehr schönes Teil. Ich hoffe, die Kisten backen nicht, wenn ich sie auch nehme. Das sind normale Kisten, die auch so im Schnee. Ähm, die werden die hoffentlich drauf fliegen. Und wenn ich es auch nicht so fliegen sollte. Oh, was. Weiß ich halt nicht so. Aber, ja. Die Kisten backen noch ein bisschen mit Holz. Aber für Hackschnitzel, Kartoffeln und so. Das ist ein bisschen mit Holz. Ich hoffe, das war das Video. Ich hoffe, das war's.